Guten Abend, liebe WNL-erinnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Christine Wernze. Ich mache es ganz kurz. Ich bin die Gründerin dieses Netzwerkes und heute die größte Nebensache der Welt, weil es geht um etwas ganz anderes, nämlich um Sie, um Frauen und Finanzen. So ist unser Titel und der heutige Untertitel, weil das ist jetzt schon das dritte Mal, dass wir uns in dieser Runde treffen, der heißt auch noch Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Man könnte es ja wirklich stinklangweilig finden, aber so scheint es nicht zu sein. Wir haben viele Anmeldungen, darüber freuen wir uns sehr, dafür sind wir auch sehr dankbar. Und Sie kennen das Spiel, wir haben nur eine Stunde Zeit, deshalb kurze Vorrede und vergessen Sie bitte nicht, so viel wie möglich Fragen im Chat zu stellen. Sie bringen uns erstens nicht aus der Ruhe und zweitens merken wir dann, wo die Interessen liegen. Und ich übergebe jetzt auch sofort an unsere beiden Referentinnen. Auch die kennen Sie inzwischen schon. Auch da geht die Vorstellung kurz auf die Plätze. Es geht los. Frau Trocher, fangen Sie heute mal an. Ja, hallo, guten Abend zusammen. Mein Name ist Christina Trocher, ich bin Steuerberaterin bei Wilde & Partner. Ich begrüße Sie recht herzlich heute zu unserer nächsten Reihe Themenkomplex 3, Altersvorsorge und Vermögen und übergebe das Wort an Frau Stahmer. Ja, mein Name ist Maxi-Karine Stahmer, bin auch Steuerberaterin, seit mittlerweile 25 Jahren oder noch länger, auf dem Papier zumindest. Und ja, wir freuen uns, dass wir Ihnen heute weiter das Thema Finanzen haben können. Das fängt ja gut an. Ja, und es geht darum heute um Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Wir haben aber schon die Vorthemen bearbeitet und zwar klicken wir jetzt mal durch, was wir schon gemacht haben. Da ging es um Fragen, wie hoch ist mein Unternehmerlohn, wie hoch ist mein Nettogehalt, was muss ich verdienen, kann ich mir den Urlaub leisten und den Sportwagen und dann, ja, was muss ich für Steuer zurücklegen. Das ist auch ein Thema unserer Reihe. Das hatten wir das letzte Mal, die Steuerrücklage. Und was bleibt übrig zum Leben? Und heute sind wir bei der Altersvorsorge gelandet. Und der letzte Punkt ist, dass die Investition, das ist unser Titel für die nächste Veranstaltung. Zu Beginn unserer Veranstaltung hatten wir das Einkommen des Unternehmers besprochen. Was unterscheidet das zwischen einem Arbeitnehmer und dem Unternehmer? Können Sie schon weitermachen, Frau Trocher? Dann haben wir über Steuerrücklagen gesprochen. Warum haben wir über Steuerrücklagen gesprochen? Weil die Steuerrücklagen letztendlich ja das Einkommen schmälern. Das heißt, das zur Verfügung stehende Einkommen schmälern. Und deswegen ist es so wichtig, Steuerrücklagen zu bilden. Genau, wofür wir Steuerrücklagen bilden, haben wir auch besprochen. Da können wir jetzt drüber hinweggehen. Das wird zu lange, weil wir haben für das Hauptthema sonst zu wenig Zeit. Und dann haben wir gesagt, ja gut, wenn wir die Steuerrücklagen gebildet haben, dann bleibt ja hoffentlich Geld übrig. Und dieses Geld kann man in Altersvorsorge und auch in Vermögensaufbau anlegen. Und da übergebe ich jetzt das Wort mal an Frau Trocher. Jawohl, wenn wir das Thema Altersvorsorge ansprechen, steht natürlich als allererstes einmal die Frage, die sich jede einmal stellen sollte, so in der beruflichen Laufbahn. Was brauche ich? Damit wollten wir einmal anfangen. Das heißt, ich muss natürlich früh genug daran denken, was brauche ich denn später im Alter mal? Das heißt, es empfiehlt sich einmal zu schauen beim jährlichen Beitrags- und Leistungsspiegel vom Versorgungswerk beispielsweise. Was bekomme ich denn später mal für eine Rente? Was wird mir da vorausgesagt? Dann erhalte ich da den Betrag. Und dann ist natürlich ganz wichtig, dass ich auch mal ganz offen und ehrlich mit mir umgehe und sage, was brauche ich denn im Alter? Also das heißt, wie viel Geld muss ich monatlich zur Verfügung haben, um dann auch noch meinen Lebensunterhalt, den ich mir vorstelle, so leben zu können oder finanzieren zu können, wie ich es gerne hätte? Habe ich noch Kredite, die abbezahlt werden müssen? Hier ist natürlich das Allerwichtigste schon mal vorab, was wir immer raten, dass dann, wenn es in den Renteneintritt kommt, dass dann die ganzen Darlehen und Verbindlichkeiten abbezahlt sein sollten. Die private Immobilie, die Praxisdarlehen und so, dass das, wenn man dann tatsächlich mit der Arbeit aufhört und in die Rente eintritt, dass das schon alles möglichst natürlich abbezahlt ist. Und es stellt sich einfach die Frage, ja, was brauche ich? Da muss man mal ganz klar sein und überlegen, wie viel Geld möchte ich im Alter haben? Und ja, was nach jetziger Sicht habe ich dann zur Verfügung? Und daraus ermittelt sich natürlich eine Differenz in den meisten Fällen. Da muss ich sagen, so, was kann ich denn jetzt für meine Altersvorsorge tun, um dann meine Einkünfte einfach im Alter noch zu steigern? Da gibt es dann die verschiedensten Möglichkeiten, die man machen kann. Aber damit man überhaupt mal weiß, wie viel soll ich denn anlegen? Natürlich, je früher man anfängt, an die Altersvorsorge zu denken, umso mehr Jahre hat man Zeit. Und dann kriege ich auch mit kleinen Beträgen über die Jahre natürlich auch schon größere Beträge aufgebaut. Aber auch selbst, wenn man kurz davor steht, ist es immer noch sinnvoll, sich da auch Gedanken zu machen. Weil auch dann kann man natürlich noch in den letzten Jahren vor Renteneintritt noch einiges dafür tun. Ich hatte es eben kurz angesprochen. Es gibt ja verschiedene Dinge, die man da machen kann in Sachen Altersvorsorge. Aber viele fragen sich dann auch in dem Zusammenhang, was kann ich denn davon überhaupt steuerlich absetzen? Das ist auch so bei ganz vielen Mandanten, stellen wir das auch fest, kommt da einfach die Frage auf. Ja, was kann ich denn dann davon absetzen? Und an Altersvorsorge kann man grundsätzlich sagen, alles das, was Basisversorgung ist, kann ich auch steuerlich in den Abzug bringen. Also mir dadurch jetzt schon sozusagen ein Teil von dem Geld, was ich jetzt für meine Altersvorsorge einzahle, über eine Steuerersparnis sozusagen schon wieder ein bisschen zurückholen. Was fällt alles unter die Basisversorgung? Das sind die Beiträge ans Versorgungswerk, die deutsche Rentenversicherung und die Rürup-Versicherungen. Aber ich kann das Ganze nicht endlos tun. Es gibt steuerliche Höchstbeträge, die da zu beachten sind. Mal als Beispiel in diesem Jahr bei einer Einzelpersonen-Einzelveranlagung ist der Höchstbetrag 25.787. Bei Zusammenveranlagung bin ich dann bei 51.574. Und ja, wenn ich jetzt überlege, soll ich einmalig noch, ich habe Geld übrig am Jahresende, ich kriege auch vom Versorgungswerk Post und die sagen mir so, du kannst noch was einzahlen. Dann ist natürlich die Frage, soll ich das jetzt machen oder soll ich das nicht machen? Lohnt sich das jetzt? Und natürlich am schönsten ist es natürlich, wenn ich das auch noch steuerlich absetzen kann. Das heißt, es empfiehlt sich immer zu schauen oder beim Steuerberater nachzufragen, wie viel Platz habe ich denn da noch, um an den Höchstbetrag zu kommen? Weil man muss sagen, ich kann natürlich auch über den Höchstbetrag einzahlen. Aber es kommt dann nicht mehr in die steuerliche Abzugsfähigkeit raus, sondern steuerlich per Puff das Ganze, sodass wir eigentlich den Mandanten immer raten, wenn du am Höchstbetrag bist, der steuerlich abzugsfähig ist, dann nimm das überschüssige Geld und leg es irgendwie anders an. Mach damit andere Dinge für deine Altersvorsorge. Das, ja, nur mal so ganz am Anfang, so mal die ersten Grundzüge und das ist natürlich auch, das spiegelt so unsere ersten zwei Themenkomplexe ein bisschen an, auch die Frage, wie hoch kann ich denn? Das hängt natürlich auch von diesen anderen Punkten alle ab, wie viel Nettoeinkommen habe ich denn tatsächlich zur Verfügung? Was davon kann ich noch für meine Altersvorsorge zurücklegen? Und ganz klar, wie gesagt, je früher ich anfange, auch mit kleinen Beträgen, kriege ich da natürlich was hin. Wenn ich jedes Jahr es schaffe, bis an meinen Höchstbetrag an der Basisversorgung was einzuzahlen, dann ist das über viele Jahre gesehen natürlich sehr viel Geld, was ich dann da noch zurückgelegt bekomme. Und, ja, wenn ich kurz vor der Rente schon bin, auch dann zu überlegen, was kann ich denn da jetzt noch machen? In welche Richtung kann ich denn da jetzt noch agieren? Und es lohnt sich immer, da auf jeden Fall, wenn man das Geld hat, das dann noch einzuzahlen, um dann auch noch den steuerlichen Vorteil auf jeden Fall mitzunehmen. Ja, bei dem Punkt stellt sich auch die Frage, da wird Frau Stamer sicherlich was zu sagen, Riester oder Rürup, die staatlichen Zuschüsse sind doch gut. Sollte ich das jetzt machen oder sollte ich das lieber nicht machen, wenn ich jetzt was in meine Basisversorgung einzahlen will? Ja, da steigen wir erst mal in den Teil an. Ich wollte aber auch noch sagen, die Frage, lohnt sich das Versorgungswerk? Dann sage ich da gleich noch was zu. Zum Riester und Rürup, diese Verträge sind ja von der Bundesregierung ins Leben gerufen worden, um eben die private Altersversorgung zu stärken. Das sind ja in der Regel private Lebensversicherungen, die man abschließt und man spart quasi in diese Versicherungen ein. Und grundsätzlich ist das natürlich eine feine Sache. Da gibt es ja eben auch staatliche Zuschüsse für. Im Wesentlichen, wenn man Familie hat, also Kinder bekommt, desto höher sind die Zuschüsse. Aber letztendlich verdient daran in der Regel der Versicherungsträger. Das heißt, diese Verträge muss man sich schon genau angucken, was zahlt man über die Vertragslaufzeit ein und lohnt sich das überhaupt, auch in Zusammenhang mit den Zuschüssen. Man muss da genau aufpassen, genau hingucken. Ich persönlich bin kein Freund dieser Verträge, weil in diesen Verträgen immer auch sehr viele Provisionen eingebaut sind der Versicherungsträger. Aber es gibt auch Verträge, wenn zum Beispiel Fonds, es gibt so Fonds-Sparverträge über Rürup und Riester, die sind dann wieder gut. Also genau hingucken und dann von Fachleuten prüfen lassen. Das ist die eine Frage. Das andere war nochmal, steht ja auch hier, lohnt sich Einzahlung ins Versorgungswerk oder eben auch in die deutsche Rentenversicherung? Bei der deutschen Rentenversicherung sehe ich das so, dass die natürlich, das ist eine staatliche Rentenversicherung, die Wirtschaften, das ist ja eine Umlageversicherung. Insoweit würde ich davon nicht, also würde ich nicht unbedingt dazu raten. Im Versorgungswerk passiert aber Folgendes. Das Versorgungswerk hat in der Vergangenheit zumindest ganz gute Anlageberater oder Anlagen gemacht. Und die machen eigentlich im Versorgungswerk das, was man auch privat machen sollte, nämlich es in verschiedenen Vermögenswerten anlegen. Also Immobilien, Aktien, Fonds-Sparverträge und so weiter. Da sitzen wirklich auch Berater, also Finanzberater, die das Geld bis dato sehr gut angelegt haben, sodass sich eine Einzahlung im Versorgungswerk aus meiner Sicht, wenn man die Höchstbeträge noch nicht erreicht hat, auf jeden Fall lohnen. Ja, und wenn wir sagen, wie hoch kann ich? Das ist ja die nächste Frage. Da hat die Frau Trocher schon was gesagt. Das knüpft jetzt wieder an die Veranstaltung unserer vorherigen Veranstaltung. Wie hoch kann ich? Also letztendlich bin ich der Meinung, man sollte so früh wie möglich anfangen mit der Altersvorsorge und nicht erst dann, wenn ich meine, ich habe nicht genug Geld. Man kann auch mit kleinen Beträgen anfangen und dafür eben vielleicht ein paar Schuhe weniger kaufen oder was auch immer. Auf jeden Fall sollte man recht frühzeitig und nicht zu spät damit anfangen, weil die Vermögensbildung ist dann wirksam, je länger ich das auch tue. Genau. Vermögen bilden, aber wie? Das ist nämlich die nächste Frage. Moment, 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 jetzt falle ich Ihnen ins Wort hier an der Stelle. Also das Publikum bemerkt natürlich Folgendes. In die Rente einzuzahlen ist ja das eine. Sie dann zu bekommen ist das andere. Dann muss man sie ja aber auch versteuern. Lohnt sich denn dann der ganze Zirkus noch? Ist da nicht vielleicht besser, in so einen Fonds zu gehen oder je nachdem, was hier noch kommt? Also es kann auch sein, dass die Frage erst am Schluss Sinn macht, aber weil wir jetzt hier gerade so schön bei den Renten sind, dachte ich, sie gehört jetzt hier vielleicht her. Also das Versorgungswerk ist ein Teil der Altersvorsorge. Nur ein Teil. Und natürlich lohnt es sich auch in andere Anlageformen zu investieren, aber wir wissen, also eines ist sicher, wenn ich in Fonds oder Aktien anspare, ist das immer Risikokapital. Und im Versorgungswerk ist das auch erst mal gut angelegt. Ja, deswegen empfehle ich das, dass man das so machen sollte, wenn man entsprechend Gelder übrig hat. Und die Fondsgeschichte, das ist das, was ich eben gesagt habe, sollte man so früh wie möglich anfangen. Also auch in jungen Jahren. Und wenn man nur 100 oder 150 Euro anspart, machen übrigens auch sehr viele für ihre Kinder oder eben auch, wenn man jung ist, auf jeden Fall Geld in Fonds ansparen. Jetzt kommt wahrscheinlich die Frage, welche. Das ist ja sehr schwierig zu beantworten. Der Markt ist da sehr breit. Und es gibt, da war im letzten Mal auch schon eine Anfrage, wo kann ich mich da orientieren? Und zwar gibt es da zum Beispiel eine, gibt es verschiedene Fonds, die im Moment weltweit arbeiten. Es gibt Mischfonds, zum Beispiel bei Flossbach von Storch. Es gibt MDAX-Fonds. Aber letztlich sollte man sich orientieren. Es gibt eine Plattform, da wurde letztes Mal nachgefragt, die heißt www.justetf.com.de. Ich wiederhole das nochmal. Justetf.com.de. Und da kann man sich auch auf den Fondsmarkt orientieren. Der Steuerberater selbst ist natürlich kein Anlageberater. Also ich werde niemals einem Mandanten irgendwas empfehlen, weil auch die Fondsansparung ist immer Risikokapital. Das heißt, es kann durchaus sein, dass der Fonds irgendwann mal abstürzt. Deswegen, hier ist es so, die Fondsparung ist immer auf lange Sicht, mindestens fünf Jahre aus meiner Sicht. Also mal kurzfristig ein Fonds anlegen, bringt am Ende nicht viel. Das heißt, es ist immer langfristig gedacht. Und das Versorgungswerk, wie gesagt, das ist eine sichere Anlage. Hier habe ich auf jeden Fall eine höhere Rente. So, ich hoffe, dass die Frage beantwortet wurde. Ein Punkt fällt mir dazu noch ein. Das ist ja auch oft so oder hoffentlich so, wenn man jetzt gut verdient, ich bin im Spitzensteuersatz, dann kriege ich natürlich, wenn ich jetzt nochmal, ich sage mal 10.000 Euro, habe ich noch Luft bei der Basisversorgung im Versorgungswerk. Die zahle ich da jetzt einmalig ein, bin im Spitzensteuersatz, kriege ich ja darüber, sagen wir mal 4.200 Euro, kriege ich über die Steuer quasi zurück, sodass mich das Ganze nur irgendwie 5.500 netto, sage ich mal, kostet mit der Steuersparnis. Und wenn ich später in Rente bin und meine Rente aus dem Versorgungswerk bekomme, die natürlich durch die Einzahlungen jetzt hochgepusht habe, ist es aber ja in den meisten Fällen so, wenn ich sonst nicht noch großartig Einkünfte habe, dass ich später bei Versteuerung der Rente aber in einem deutlich niedrigeren Steuersatz bin. Insofern hat man dann hier natürlich auch nochmal den Steuervorteil, dass ich jetzt im Spitzensteuersatz mir da die hohe Steuererstattung mit hole und Liquidität hole. Und ich kann natürlich auch, wenn ich es extrem betreibe, sage, das, was ich jetzt über die Steuer von der Einzahlung zurückbekomme, in meinem Beispiel circa 5.500 Euro, nehme ich und packe die wiederum noch in eine andere Altersvorsorgeform rein, sodass sich das eigentlich steuerlich ganz gut und positiv darstellt. Ja, also wie gesagt, es sind wichtig, dass... Moment, danke für die Ergänzung. Ich werfe hier schnell noch etwas ein vom Chat, nämlich es gibt eine Webseite finanztipp.de, sagt der Chat. Vielleicht ist auch das finanztipp.de ein Hinweis für die, die sich zum Thema ETFs weiter informieren wollen. Danke in den Chat. Danke. Ja, zu dem Thema jetzt mit den Anlagen, anderen Anlageformen, also wie Aktien, Fonds und vielleicht auch noch in irgendwelche Rohstoffe. Da muss man sich aus meiner Sicht mit diesem Thema auch beschäftigen, grundsätzlich, wenn man es selber macht. Also es gibt die Möglichkeit, es selber zu machen oder Sie fragen Ihren Bankberater von Ihrer Bank, wobei die Bankberater von Ihrer Hausbank in der Regel die Produkte anbieten, die natürlich die Bank anbietet. Das heißt, in der Regel sind diese Produkte eingeschränkt und wir haben nicht den offenen Markt. Wenn ich mich aber im offenen Markt bewegen möchte, dann muss ich mich mit diesem Thema beschäftigen und zwar auch ziemlich zeitintensiv und nicht einfach mal so und ich mache mal, weil ansonsten ist das ja, weil das ein sehr volatiler Markt ist. Das heißt, diese Kurse, wenn ich in Direktaktien zum Beispiel anlege, die schwanken ja auch. Aber vielleicht gehen wir noch mal zurück auf das Thema, wenn ich Vermögensanlage mache. Also wir haben einmal jetzt abgefrühstückt, die Riester- und Ruhrgruppe-Verträge und Einzahlung, nachträgliche oder bis zum Höchstbetrag im Versorgungswerk. So und wenn wir dann noch, wenn wir dann Geld übrig haben, dann wählen wir weiter oder sparen weiter an in unterschiedlichen Vermögensarten. Und die stehen auch hier in unserer Präsentation. Das ist die sogenannte Mehr-Säulen-Theorie. Das heißt, meine Altersvorsorge sollte eben auf mehreren Säulen aufgebaut sein, unter anderem eben die Rente, die ich anspare. Dann haben wir das Thema Immobilien. Auch ein sehr schwieriges Thema, aber da erzählen wir uns Ihnen gleich noch was dazu. Aktien habe ich gerade schon was zu gesagt. Wenn ich in Einzelwerte, Einzelwerte anlege und das selber mache, muss man sich mit diesem Aktienmarkt beschäftigen und nicht mal irgendwas kaufen, weil da sind die Risiken zu groß. Das heißt, man muss dann ständig gucken, wie entwickeln sich die Aktien, welche Aktien kaufe ich. Also beispielsweise, wenn man sich daran engagiert, gibt es ja verschiedene Kriterien für die Anlage. Auch hier ist wieder die Diversität wichtig. Das heißt, ich kaufe Aktien in den verschiedenen Branchen, verschiedene Länder oder im US-Markt. Ich kann auch immer im Asienmarkt investieren. Ich kann in Europa investieren. Ich kann auch nur in Deutschland investieren. Das heißt, dieser Markt ist ja sehr breit. Und auch hier, wenn ich mich da engagiere, empfehle ich immer, dass man wirklich sich sehr breit aufstellt in den verschiedenen Märkten. Letztendlich, wie gesagt, sind wir als Steuerberater keine Anlageberater und dafür gibt es Fachmenschen. Die heißen entweder Bankberater, ihr bei ihrer Hausbank oder es gibt private Anlageberater und Honorarberater. Private Anlageberater arbeiten auf Provisionsbasis und wollen natürlich für die Vermittlung ihrer Produkte bekommen, die eine Provision. Auch das ist schwierig. Also, wenn Sie sich einem Anlageberater anvertrauen, wissen Sie nie, verkauft er eben wirklich auch ein sehr gutes Produkt oder nur im Sinne seiner Provision. Da muss man sehr großes Vertrauen zu haben. Und der Honorarberater, ich weiß nicht, ob die ein oder andere von Ihnen da schon mal drüber nachgedacht haben. Es gibt auf dem Markt Honorarberater, die für ihre Beratung im Anlagebereich Honorar nehmen. Aber dafür Ihnen auch wirklich die guten Produkte am Markt heraussuchen. Also aus ihrer Sicht. Das heißt, und dann gibt es wieder welche, die beteiligen sich an dem Gewinn, den sie haben. Das heißt, sie kriegen keine Provision für den Abschluss. Sondern die sagen, wenn du, was ich, 10% Gewinn machst, kriege ich davon 2% ab. Also, die gibt es auch auf dem Markt. Also, wer sich nicht selber mit dem Aktienmarkt oder mit Fondsverträgen beschäftigen möchte, sollte sich auf jeden Fall an entsprechende Finanzberater wenden. Das wäre der Tipp jetzt von meiner Seite, dass Sie da nicht komplett allein auf weiter Flur sind. Was auch natürlich geht, ich mache eine Honorarberatung und lasse mich erst mal insgesamt beraten. Was kann ich überhaupt machen? Genau, das ist jetzt der Aktienbereich. Fondsparverträge ist trotzdem noch mal auch ein Thema. Hier war auch eine Frage vorher im Chat. Frau Wernse, können Sie die mal vorlesen vielleicht? Das ist eine sehr lange Frage, wo ich mir jetzt nicht so sicher bin, ob die passt. Die betrifft nämlich die Krankenversicherung. Also, wenn Sie wollen, ja. Ja, auch eine, die jetzt sagt, sie wollte jetzt mal anfangen mit Fonds sparen. Die habe ich nicht. Also, dann antworten Sie gerne. Ich gucke mal selber. Na, wollen wir erst mal weitermachen? Ja, wir machen erst mal weiter. Genau. Ja, zu dem, ich, wenn dazu keine Fragen sind, würde ich jetzt noch mal, also was auch noch, was auch noch, auch noch hier steht, ist Gold und andere Rohstoffe. Das sind natürlich auch Anlageformen, mit denen man sich besser fachfraulich beraten lässt, das muss man sozusagen, denn auch das ist ein Markt. Also, Gold insbesondere, habe ich jetzt gerade auch wieder einen aktuellen Artikel gelesen. Im Moment ist der Run auf Gold unheimlich groß. Das heißt, das heißt, das Gold, denkt man, das ist ja auch unheimlich wertig. Da habe ich was zum Goldbaren in meinem Tresor und das verliert nicht an Wert. Das ist aber weit gefehlt. Aber Gold ist extrem volatil. Volatil heißt also sehr schwankend. Im Moment sind die Goldpreise sehr hoch. Das heißt, wenn man jetzt Gold kauft, kauft man sehr teuer. Und Aktien im Übrigen kauft man im Moment relativ preiswert. Die Aktienkurse sind aufgrund der Fixsituation gerade nicht so gut. Das heißt, es gibt den Käufermarkt, wenn die im Moment was niedriger sind, ist es gut einzusteigen. Aber dennoch ist es immer ein Risiko, in Aktien einzusteigen. Das muss jedem klar sein, weil hier habe ich eben starke Schwankungen im Markt. Ja, was wir auch noch haben, ist natürlich, was im Moment einen großen Run hat, sind die Immobilien. Auch hier vielleicht dazu, die sind im Moment ja auch sehr teuer überall. Wenn ich gute Immobilien kaufen möchte, sind die sehr teuer, gerade in Großstädten. Ich habe zum Beispiel einen Mandant, der hat aber zum Beispiel in einer kleinen Mittelstadt, also Kassel, ist ja nicht ganz so groß gekauft, hat eine super Immobilie, die rechnet sich richtig gut. Da komme ich auch drauf. Wie rechnet man denn Immobilien? Wann sind die denn gut? Frau Trocher, wann sind Immobilien gut? Wollten Sie noch mal zu hoch? Ja, klar. Die meisten Mandanten gehen eigentlich, bei uns geht es ja immer so los, die überlegen, ich habe jetzt Geld übrig und die sagen dann vielleicht auch, okay, auch diese Mehr-Säulen-Theorie im Kopf. Ich möchte nicht alles irgendwie nur in meinem Depot anlegen oder nur ins Versorgungswerk packen. Ich will mich da auch ein bisschen breiter aufstellen und überlegen, dann Immobilie zu kaufen und ja, wie Frau Stahmer schon sagte, im Moment sind die Preise ja oder die letzten Jahre schon absolut explodiert und dann fangen die Mandanten auch schon mal an und sagen, gut, wenn ich mir das jetzt hole, die wollen natürlich am liebsten vielleicht auch noch steuerlichen Vorteil aus der ganzen Vermietungssache dann holen, wenn es jetzt dann auch als Vermietungsobjekt gedacht ist und nicht als eigene Immobilie. Und dann fangen wir immer schon mal an zu rechnen und sagen, gut, was haben Sie denn da für eine Miete und welche Kaltmiete habe ich und was kann ich dagegen für Kosten absetzen? Es macht das Ganze natürlich attraktiver, wenn da ein paar Jahre auch ein Verlust rauskommt und ich so dann entsprechend noch meine Steuererstattung mit dazu bekomme. Um das dann auszurechnen, natürlich einmal die Miete, die Kaltmiete wird angesetzt, dann wenn ich es nicht zu 100 Prozent aus Eigenkapital bezahle, sondern auch noch einen Kredit aufnehme, kann ich die Zinsen entsprechend noch steuerlich mit absetzen und dann kommt die Abschreibung noch mit dazu. Bei normalen Wohnimmobilien habe ich da zwei Prozent pro Jahr auf den Gebäudewert. Das heißt, ich muss meinen Kaufpreis erstmal ein bisschen auseinanderrechnen. Was ist denn der Wert für das Gebäude und was ist der Wert für den Grund und Boden, den ich da irgendwie bei der Eigentumswohnung oder dem Mehrfamilienhaus oder dem Einfamilienhaus, was auch immer, damit bezahlt habe? Und was kommt raus? Das rechnet man sich einmal aus und schaut mal, was habe ich denn da tatsächlich übrig? Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch schauen, wenn ich da noch einen Kredit aufgenommen habe, was zahle ich noch für eine Tilgung? Wir hatten diese Themen Kredite, Zinsen und so weiter auch schon bei einer der letzten Veranstaltungen. Ich muss natürlich den Kredit dann bedienen. Viele sagen auch, ich mache so und so viel Prozent von meinem Eigenkapital, stecke ich mit in die Immobilie rein, um die zu kaufen. Aber ein Kredit, die Kredite waren auch ja recht günstig. Die Zinsen steigen ja aktuell wieder, aber ich konnte ja relativ günstig oder kann es immer noch im Vergleich zu vor einigen Jahren, mir da noch die Kredite aufnehmen. Aber ich muss natürlich trotzdem das Ganze noch abbezahlen. Und das ist natürlich auch ein Punkt, den man sich immer mit angucken muss. Und dann natürlich, ja, wie viel Miete kriege ich denn über die Jahre? Was habe ich denn da eigentlich für eine Rendite nachher in der Immobilie? Lohnt sich da, mein Geld reinzustecken? Was kommt denn dann da am Ende für mich raus? Es gibt da ja jetzt auch nicht genau die Faustformel. Man muss einfach gucken, wie Frau Stahmer sagt, es gibt Immobilien, die laufen Bombe, sage ich mal. Es gibt auch andere Immobilien günstig. Da muss ich noch viel reinstecken. Die renovieren, kriege ich die aber auch super vermietet. Und dann rechnet sich das Ganze, wobei es aktuell, da die Preise so hoch sind, würde ich jetzt fast sagen, nicht so viele Immobilien gibt, bei denen ich dann noch gute Renditen und Mieteinkünfte erzielen kann. Weil es einfach, weil die Preise so exorbitant gestiegen sind, dass das dann, glaube ich, schon die kleinen Pralinchen sind, die man dann irgendwie entdecken muss auf dem Immobilienmarkt. Zumal noch die ganzen Kaufnebenkosten müssen ja auch noch mitbezahlt oder finanziert werden. Also man sollte da auf jeden Fall dann mal spitz rechnen, wenn man irgendwie eine Immobilie entdeckt hat, die was wäre oder auch mit dem Steuerberater mal Rücksprache halten, was der denn meint, ob sich das Ganze lohnt oder nicht. Aber das gibt es natürlich und vor vielen Jahren haben natürlich auch ganz viele auf das Anlageprodukt Immobilie gesetzt. Frau Stammer, haben Sie noch was bestimmt zu eng? Ja, das ist richtig. Das heißt, letztendlich bei den Immobilien wurde, also wenn ich eine Immobilie in den 90er Jahren gekauft habe zum Beispiel und die heute bewerte, ist das eine wahnsinnige Wertsteigerung. Ja, das ist teilweise, das ist das Zweifache von meinem Kaufpreis. Wenn wir heute in den Immobilienmarkt einsteigen, können wir sicherlich auch nochmal eine Wertsteigerung erzielen, aber die wird niemals mehr oder wird aktuell nicht so groß sein wie in der Vergangenheit, weil die Immobilien einfach im Moment schon ziemlich teuer sind oder eigentlich am Ende der Preiskette sind. Also was ich immer sage, zuerst die erste Frage ist immer, was kostet der Quadratmeter? Also wenn ich in der Beratung bin, dann sage ich, was kostet denn der Quadratmeter, was Sie kaufen? Einfach umrechnen, ich habe eine Wohnung, 70 Quadratmeter, die kostet 350.000. So, und dann kann man ja ganz einfach, sind 70 Quadratmeter, kann ich den Quadratmeterpreis ausrechnen. So, und dann guckt man, was hat man denn für Mieteinnahmen dazu? Und in der Regel ist im Moment bei den aktuellen, bei der aktuellen Kaufpreisentwicklung liegt also die Rendite tatsächlich nur bei zwischen 2 und 4 Prozent, ja. Also wenn wir bei 4 Prozent sind, sind wir schon ganz gut und bei 2 sind wir schon im unteren Bereich. Nichtsdestotrotz ist die Immobilie Betongeld, sage ich immer dazu. Das heißt, in der Regel, oder man wird sicherlich nicht, also es ist auf jeden Fall weniger risikoreich, wie in Aktien anzulegen, ja. Aktien sind wesentlich volatiler, die Immobilien, da habe ich was, die sind auch versichert, ne, durch entsprechende Gebäudesachversicherungen, sodass ich auch immer, wenn irgendwas passiert mit der Immobilie, auch mein Geld zurückbekomme. Es gibt natürlich auch bei Immobilien, wie in allen anderen Anlageformen, auch Risiken, zum Beispiel, da wird dann in der Nähe plötzlich irgendein Chemiewerk gebaut, ja, worauf man keinen Einfluss hat und schwupps ist der Wert einer Immobilie vermindert. Also auch da können wir, gehen wir natürlich Risiken ein. Was wir natürlich aussagen müssen, ist bei den Immobilien, ist das Eigenheim, ist übrigens auch eine Form der Altersvorsorge, eine ganz wichtige, denn, das hat natürlich Frau Tracher ja auch schon gesagt, wenn alles bezahlt ist am Ende, wir empfehlen ja, dass alle Schulden bezahlt sind und insbesondere die Schulden des Eigenheims sollten spätestens dann mit Eintritt ins Rentenalter bezahlt sein. Da ist ja dann immer die Frage, wie geht das, wie mache ich das? Also das heißt, bei der Immobilie, also bei der privaten Immobilie sollte halt wirklich auch regelmäßig in die, in das Darlehen, in die Darlehen getilgt werden, damit dann eben beim Eintritt in das Rentenalter das Einfamilienhaus, also das selbstgenutzte Einfamilienhaus schuldenfrei ist oder eben die Eigentumswohnung, damit wir dann im Alter mietfrei wohnen können. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in der Altersvorsorge. Das heißt, ich habe dann nur noch in Anführungsstrichen die Nebenkosten für die Immobilie zu bezahlen, aber die muss ich ja als Mieter auch bezahlen. Also von der Seite habe ich auf jeden Fall dann, wenn ich mietfrei wohne, ist das auch schon ein ganz wichtiger Punkt in dieser Mehrsäulen-Theorie und nicht nur eine vermietete Immobilie. Das war mir auch nochmal wichtig zu sagen. Ja, ansonsten haben wir... Ich halte da noch einen Punkt ein, wenn ich einmal rein... Ich habe das auch bei manchen Mandanten, die haben auch die eigene Immobilie, was früher mal öfters gemacht wurde, mit Lebensversicherungen, Rentenversicherungen rückgedeckt sozusagen und es taucht jetzt immer mehr auf, dass die Versicherungen aber nicht so laufen, wie man das vielleicht vor 20 Jahren mal sich erhofft hatte, als man das Ganze abgeschlossen hatte. Und dann wird auch jetzt da schon in dem Bereich irgendwie eine Lücke festgestellt, wo man sich natürlich auch frühzeitig Gedanken drüber machen muss und nicht denkt, okay, ich bin Anfang 60, dann löse ich das alles ab und dann passt es halt hinten raus nicht. Und dann stelle ich zwei Jahre vorher fest, da fehlen irgendwie 100.000 Euro und dann habe ich meine Immobilie eben nicht abbezahlt. Das heißt, ja, da muss man auch frühzeitig gucken, wenn man noch solche Verträge da irgendwie mit, damit seine Immobilienfinanzierung, sage ich mal, mit abwickeln wollte, dass man da auch rechtzeitig und jährlich immer mal schaut, wie ist das Ganze und das auch genau, wie Frau Stahmer sagte, im Rahmen dieser Mehr-Säulen-Theorie empfehlen wir das auch immer den Mandanten, die eigene Immobilie hier das aufzustellen, noch zu schauen, was habe ich sonst. Wir hatten es ja auch schon mal angesprochen, gut ist immer, wenn man auch eine Vermögensübersicht für sich erstellt. Die meisten Banken fordern die ohnehin immer mal an, aber mit diesen Formularen, die füllt man ja oft nur aus und hat dann für sich trotzdem irgendwie nicht so den richtigen Überblick. Es ist ganz gut, wenn man sich das übereinander listet, auch mal schaut, wie stehen die Versicherungen oder die Fonds in so einer Excel-Tabelle, sage ich mal, nebeneinander. Wenn man natürlich parallel dazu noch seine Kredite irgendwie auflistet, dass man einfach auch einen Überblick hat und immer sieht, wo entstehen vielleicht Lücken, wo kann ich noch was tun oder kommt es ganz gut hin und das passt am Ende einfach alles? Frau Wernse, Sie haben eine Frage sicherlich. Ich hake in die Immobilien ein. Also der theoretische Fall, ich habe jetzt 5000 Euro übrig, ich sage das jetzt mal so despektierlich, und ich habe eine Praxisimmobilie, ich habe eine private Immobilie und ich habe eine vermietete Immobilie. Welche tüge ich denn zuerst? Ich kann es mir denken aus dem, was Sie gesagt haben. Ich wollte es jetzt wirklich nur noch mal so plakativ hier ansprechen, weil man ja vielleicht manchmal vor der Frage steht, wo stecke ich denn hier mal jetzt das übrige Geld rein und warum ist das so? Frau Trocher, ich frage Sie jetzt einfach mal. Immer zuerst das private Entschulden. Also aus mehreren Gesichtspunkten, also wenn Geld übrig ist und auch Sondertilgungen möglich sind, immer alles in die private Immobilie zuerst rein. Punkt eins, weil ich die Zinsen in der Praxis einfach noch steuerlich absetzen kann und ich kann sie auch bei der vermieteten Immobilie steuerlich absetzen. Meine Zinsen für mein privates Eigenheim sind steuerlich nicht relevant und laufen ins Leere. Und zum anderen, damit ich einfach meine private Immobilie schnellstmöglich auch abbezahlt habe, um, wie Frau Stammer sagte, im Renteneintrittsfall einfach mietfrei zu wohnen. Oder im besten Fall schaffe ich es schon Jahre vor Renteneintritt und habe meine Immobilie schon mal entschuldet und bin da raus aus der Nummer und kann natürlich auch die Beträge, die ich da dann sozusagen spare, weil ich da keine Tilgung mehr habe, in andere Altersvorsorgeprodukte stecken. Oder dann sagen, ich entschulde jetzt mal meine Praxisimmobilie oder meine vermietete Immobilie, um dann auch im Rentenalter, sage ich mal, aus der vermieteten Immobilie die Mieteinkünfte zu haben, ohne dann noch ein Darlehen tilgen zu müssen. Aber bei den drei Auswahlpunkten definitiv zuerst die Privatimmobilie. Ja, kann ich nur beipflichten. Haben Sie recht? Sie sind bei einer Meinung. Sie sind bei einer Meinung. Was ich aber auch noch ein, wo ich einmal eingrätschen wollte, war nach dem Thema mit dem Darlehen, was Sie eben gesagt haben. Wenn ja zum Beispiel da so eine Lücke ist, dass auch die Möglichkeit besteht, dann, wenn nach zehn Jahren Laufzeit eines Darlehens, in der Regel bei Immobilien, kann ich dann auch das Darlehen verändern. Das heißt, ich kann dann auch hingehen und sagen, okay, das mit der Versicherung, das läuft nicht so gut. Ich tilge jetzt in dieses Darlehen, in dieses private Immobiliendarlehen rein und nehme dann die Versicherung am Ende, um dann beispielsweise noch andere Kredite wie in der Praxis zu tilgen. Das heißt, da laufen die Zinsen weiter in der Praxis, im Praxisdarlehen. Und bei der privaten Immobilie tilge ich schon frühzeitig rein, weil, wie Sie gerade gesagt haben, die Zinsen nicht abzugsfähig sind. Also auch noch mal eine Gestaltung, zu sagen, okay, dann verändere ich die Darlehenssituation und tilge dann in die private Immobilie rein. Also die Verträge sind in der Regel zu ändern. Die Bank gibt dann quasi die Lebensversicherung insoweit frei. Die hinterlegt die dann nur noch als Sicherheit. Und ansonsten tilgen Sie das private Immobiliendarlehen. Das ist eh noch mal eine Empfehlung, die ich Ihnen hier an dieser Stelle auf jeden Fall warm ans Herz legen möchte. Weil da sollte man auf jeden Fall schauen, was hat man für Kreditverträge und wie wird getilgt. Also man sieht auch bei dem Punkt eigentlich, ich glaube, ich wiederhole mich, aber wir haben es bei den anderen beiden Veranstaltungen auch schon gehabt. Sowohl, was ist mein Unternehmerlohn? Also ja, genau schauen, was habe ich hier? Dann das Thema Steuerrücklagen bilden, was wir beim letzten Mal hatten. Und heute, es empfiehlt sich also tatsächlich immer irgendwie einen Überblick über all das zu haben, was ich da so habe, wie sich die Werte entwickeln, welche Kredite auslaufen, wie Frau Stahmer das auch sagte, wenn die Zinsbindungen nach zehn Jahren auslaufen, dann kann ich noch mal neu schauen, wie kann ich das machen? Ich kann es verändern, die Tilgung hochsetzen, runtersetzen. Je nachdem, wie es dann gerade in der Lage passt. Und ja, es ist dann immer gut, wenn man das alles irgendwie in einem Überblick hat, wenn der Steuerberater eine Vermögensübersicht erstellt, ich erstelle mir die selber, mein Anlageberater oder wen ich da habe, hilft mir dabei oder hält mich da auf dem Laufenden, weil man verliert natürlich ansonsten über die vielen Jahre irgendwann vielleicht auch mal den Überblick und weiß gar nicht mehr genau, was habe ich eigentlich wo und wo zahle ich was ein und passt es am Ende oder passt es nicht. Deswegen ist es da schon gut, mal regelmäßig, sagen wir zum Beispiel mal jährlich, sich da noch mal seine Übersicht vielleicht zu aktualisieren, dass man da, ja, das alles genau im Blick hat. Weil ich habe jetzt gerade noch einen Mandantenfall, der hat es halt nicht gemacht, den haben wir neu übernommen und der ist jetzt Anfang 60 und könnte theoretisch aufhören, sagt aber, er muss locker noch zehn Jahre, sonst kriegt er seine Kredite alle nicht abbezahlt. Er hat irgendwie immer gut verdient, aber das Geld halt für andere Sachen ausgegeben, anstatt Kredite zu bedienen oder was zurückzulegen und er kriegt sonst das Studium vom Sohn nicht bezahlt und muss noch mal zehn Jahre. Und ich weiß nicht, das möchte wahrscheinlich nicht jede mit Anfang 60 sagen, ich muss noch mal zehn Jahre zwingend, um alles bedient zu kriegen. Das ist dann natürlich, ja, nicht so ganz so schön. Dann ist es schöner, wenn man sagen kann, ich habe so viel Spaß und mache das noch zehn Jahre, aber nicht, dass ich es machen muss, weil ich ansonsten wirklich in finanzielle Bedrängnis komme, einfach weil ich vorher vielleicht falsch beraten wurde, mich nicht darum gekümmert habe und mir, ja, ein schönes Leben gemacht habe von dem Geld, sage ich mal, ohne irgendwie mal an 30 Jahre später zu denken. Ja, was mir auch noch dazu einfällt, ist ja, dass vielfach in dieser Geld- oder Mittelverwendungsrechner, ob jetzt für Altersvorsorge oder für andere Investitionen, muss auch immer eingeplant werden bei der Familie, dass eben, das haben Sie so im Nebensatz gesagt, dass die Kinder in die Ausbildung kommen. Und wenn die Kinder in die Ausbildung kommen, wenn sie in die Ausbildung gehen, verdienen sie ja Geld, aber wenn die ins Studium gehen, kosten die Kinder ja auch richtig Geld. Das heißt, ich muss entsprechend auch Liquidität zur Verfügung stellen, damit ich meine Kinder entsprechend unterhalten kann. Und das vergessen auch viele, wenn dann zum Beispiel fixe Verträge sind oder eben auch gerade mit Immobilien, das ist auch der Nachteil von Immobilien. Da habe ich natürlich keine Flexibilität drin. Die kann ich nicht mal eben kurz verkaufen. Das ist auch der Unterschied zu Aktien- oder Fondssparverträgen. Die sind eigentlich wie Bargeld. Das ist übrigens auch eine ganz wichtige Unterscheidung. Also bei der Immobilie habe ich mehr Sicherheit. Bei Aktien- und Fondssparverträgen habe ich eigentlich Bargeld auf dem Konto. Wenn ich Pech habe, brauche ich das Geld, aber gerade wenn die Kurse unten sind, wenn ich Glück habe, habe ich gewonnen. Wollten Sie eine Frage stellen, Frau Wernse? Ich überlege gerade. Also jeder Unternehmer, sprich alle, die hier heute zugeschaltet sind, die gucken ja sicherlich möglichst regelmäßig in ihre betriebswirtschaftlichen Auswertungen. Dann gehen wir jetzt alle mal aus, sonst würden die ja nicht hier zuhören. Aber das, was Sie hier heute gerade alles erzählen, das sieht man ja in einer betriebswirtschaftlichen Auswertung alles gar nicht. Und jetzt interessiert mich mal in Ihrer Praxis oder wie behalten Sie da den Überblick? Weil wenn die Mandanten Ihnen das nicht sagen, können Sie es ja nicht wissen. Und wie läuft das so? Sagen Sie mir aus der Praxis mal ein Beispiel, wie es läuft oder mal ein Beispiel, wie das von eben, wie es nicht läuft, wenn ich dann mit über 60 feststelle, ich will jetzt nicht noch arbeiten, sondern ich muss. Das ist auch nicht so ein schönes Gefühl. Wie ist der Idealfall? Der Idealfall ist eigentlich, der Mandant ist bei uns. Wir sehen ja alles, was in der Praxis läuft. Die Darlehen sind ja automatisch aus der Buchhaltung zu erkennen. Und der Mandant gibt uns einfach auch alles, was er privat noch so hat. Am besten jährlich. Wir erstellen eine Vermögens- und Darlehensübersicht und pflegen die auch regelmäßig. Ich sage mal immer, wenn der Jahresabschluss erstellt wird und man darüber spricht, dann fordern wir vorher noch mal die Unterlagen entsprechend an. Wie stehen denn die privaten Darlehen? Wie steht das Aktiendepot beispielsweise? Und ja, wenn das eine vermietete Immobilie ist, dann hat man die Unterlagen ja auch durch die Steuererklärung. Also einen Teil kriegt man ja tatsächlich schon so mit über Steuererklärung und über die Buchhaltung und alles, was drumherum ist, ist der Optimalfall. Der Mandant reicht das uns immer mit ein. Wenn aktualisierte Darlehensstände und wenn er ein Haus gekauft hat und alles, was da so reinfällt vom Depot und wir nehmen das mit in unsere Aufstellung und können dann so den Überblick behalten. Aber es muss natürlich regelmäßig gepflegt sein. Und wenn der Mandant uns nicht füttert, dann können wir das auch entsprechend nicht auswerten, weil uns natürlich ganz viele Informationen fehlen. Wie viele machen das so brav? Und wie viele machen das nicht so brav, wie sie sich das wünschen? Wie ist der Alltag? Also es geht aus meiner Sicht auch nur durch gezielte Fragestellungen. Das heißt, der Mandant teilweise weiß ja gar nicht, was wir brauchen oder was wichtig ist. Also müssen wir die Daten anfordern. Und das geht halt nur über Beratungsgespräche, indem man sich mit dem Mandanten austauscht und dann eben fragt, was hast du denn für deine Altersvorsorge? Es gibt Mandanten, das sind die Klemmer, nenne ich die mal, die klemmen tatsächlich auch Informationen gegenüber dem Steuerberater. Also von denen weiß ich zum Beispiel nichts. Die geben keine Depotauszüge weiter. Die wollen das alles für sich behalten. Die gibt es auch, aber die sind eher selten, kann man sagen. Ich weiß nicht, ob es bei Ihnen so ist, also ob Sie so jemanden haben. Also ich habe so ein, zwei in der Klientel. Die meisten sind dann schon auch sehr mitteilsam. Und wenn man denen erklärt, warum das so ist, dann warum wir diese Fragen stellen und was für einen Sinn das macht. Also dass wir auch wissen wollen, was die mit ihrem Geld machen. Also auf der BWA sieht man es nicht. Aber ich sehe ja, wenn der Mandant hohe Privatentnahmen hat. Ja, und ich weiß nicht, was er damit macht, dann greife ich dann zum Hörer und rufe den an. Irgendwann nimmt er mal 50.000 vom Konto, außergewöhnlich. Und dann frage ich den einfach, was haben Sie damit gemacht? Und bei manchen kommen da aus, ja, ich habe da jetzt eine Immobilie angezahlt oder wie auch immer. Also das geht nur durch aktive Beratung, muss man sagen und aktive Nachfrage. Und wenn die einmal gemerkt haben, man macht es, also wenn es dann einmal läuft, dann sind die meisten auch ja wirklich total froh, wenn man dann auch mal jährlich sagt, so ich habe das aktualisiert, schick mir mal die Sachen und dann alle deine aktuellen Stände und was du so hast und man geht da mal drauf ein und spricht das auch durch und sagt mal so, wir haben ja auch gesehen im Beitragsleistungsspiegel, die Rente wird so und so sein. Was habt ihr denn noch gedacht? Deine Immobilie müsste ja, wenn es klappt, so und so fällig sein. Oder mach doch da nochmal eine Sondertilgung, dann bist du in drei Jahren durch. Also dass man diese Themen, auch wie Frau Stahmer sagt, einfach aktiv anspricht. Und ich habe es auch so, manche, die wollen gar nichts preisgeben. Da macht man wirklich nur die Praxis und das Nötigste an Informationen bekommt man. Aber die meisten, wenn die verstanden haben, was wir damit wollen, dass wir nicht neugierig sind und wissen wollen, was sie alles so haben, sondern dass es tatsächlich darum geht, dann auch zu beraten, dann sind die meisten doch wirklich dankbar und freuen sich, wenn man das immer mal anspricht. Und immer mal fallen einem ja auch mal Punkte auf, wo man dann einfach mal noch beraten oder Dinge empfehlen kann, die gemacht werden sollten. Ja, Entschuldigung, Sie sind gar nicht im Bild. Ja, stimmt, ich wollte die Kamera, also darauf wollte ich nämlich hinaus. Bequemer ist es ja für Sie, wenn Sie sich nur die Praxis angucken und Ende Gelände. Aber ich glaube, unsere Berufsehre verlangt es irgendwie von uns, dass man die irgendwie so möglichst gut durchs ganze Leben begleitet und am liebsten reich in den Ruhestand entlässt. Und dafür ist es halt nicht Neugier, sondern einfach wichtig, dass man das auch miteinander teilt. Ja, also eben auch Fragen stellen an die Mandanten, dass man sagt, was machst du damit, was machst du mit dem Geld. Und dann kommen natürlich auch die Gespräche zustande, in Zusammenhang mit dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, was unser Hauptthema heute ist, Altersvorsorge. Das heißt, wenn ich mit dem Mandanten spreche und er sagt, ich habe jetzt da mir einen tollen Oldtimer gekauft, das ist das eine, oder er hat eben sich eine Immobilie gekauft. Und dann habe ich dann in einem Fall, war es tatsächlich so, da hatte er Geld vom Konto genommen und habe gesagt, was haben Sie denn mit dem Geld gemacht? Dann hat er gesagt, ja, ich habe eine Anzahlung auf eine Immobilie gemacht. Dann habe ich gesagt, das ist schön, dass Sie das gemacht haben. Wäre schön, wenn wir vorher darüber gesprochen hätten. Und ich hätte mir mal die Zahlen angeschaut. Ja, also das war übrigens der, der in Kassel gekauft hat, fand ich auch, aber das war wirklich eine richtig gute Immobilie. Er hat sich da wirklich sehr, sehr gut selber orientiert. Das ist aber häufig, oder nicht häufig, ist aber öfters nicht der Fall. Das heißt, die Mandanten aus Unwissen lassen sich auch schon mal schlechte Produkte aufschwatzen. Ja, weil das ein guter Verkäufer ist, der da am Start war. Ja, und dann wird das schön gerechnet. Und da sollte man auf jeden Fall, wenn man die Berechnungen hat, von einem Immobilienvermittler, auf jeden Fall noch mal den Steuerberater drüber gucken lassen. Und der soll dann noch mal parallel rechnen. Das ist ganz wichtig, weil, wie gesagt, man kann es auch schön rechnen. Genau. Ja, was haben wir noch auf der Agenda heute? Wir hatten noch Fragen, Frau Wernse. Sollen wir die jetzt mal einfügen? Also ich, soll ich mal mit meiner Frage zur Krankenversicherung hier anfangen? Passt jetzt nicht so richtig zum Thema, aber wir machen sie einfach mal trotzdem. Also der Chat ist der Meinung, es gebe Tricks, so nenne ich das jetzt mal. Es gebe Tricks, um noch rechtzeitig aus der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung zurückzukommen. Wenn ja, welche oder ein Trick wird hier schon angeboten. Ich lasse mich mit 62 und 63 noch in einem MVZ anstellen. Gelingt mir denn dann noch der Absprung? Nein. Extrem schwer, wenn man über 55 ist. Also bis 55 geht das noch. Ab 55 ist das eine, das ist eine sogenannte Altershebenschwelle, nenne ich die mal, um wieder in die gesetzliche Versicherung zu kommen. Es gibt eigentlich nur einen Trick, den habe ich mir nochmal rausgesucht, weil es halt, also wenn ich jünger als 55 bin, einfach anstellen lassen, wo auch immer, ist das einfach. Wenn ich selbstständig bin, ist das nur dann möglich, oder ist es auch nicht möglich. Also wenn ich unter 55 bin, kein Problem anstellen lassen. Also wenn ich über 55 bin, geht das nur, indem ich mein Einkommen auf unter 450 Euro zum Beispiel runterschraube, mich in die Familienversicherung, wenn dann eine da ist von meinem Ehegatten, einschleiche, auf Deutsch gesagt. Und dann bin ich in der gesetzlichen Versicherung wieder drin. Aber das heißt, dann darf ich eigentlich gar kein Einkommen mehr haben. Ja, dann funktioniert das. Aber nur dann natürlich, wenn mein Partner in der gesetzlichen Versicherung ist, das ist ja auch in den wenigsten Fällen der Fall, wenn jemand selbstständig ist. Es sei denn, die Frau oder der Mann ist angestellt im Unternehmen, dann ist er in der gesetzlichen Versicherung. Aber ansonsten funktioniert das tatsächlich ab 55 gar nicht. Also das ist zumindest das, was ich weiß. Es gibt bestimmte Berater, die ganz tolle Tricks haben. Aber der einzige Trick, den ich kenne, tatsächlich auch aus einem Beratungsfall, der hat das nämlich genauso gemacht. Er war privat versichert, Frau gesetzlich versichert. Er hat sein Unternehmen quasi kurzfristig eingestellt. Und ist dann in die gesetzliche Versicherung seiner Frau reingerutscht. Das ist die einzige Möglichkeit, die funktioniert. Das hat aber eigentlich, wie Frau Wernse, nichts mit Altersvorsorge zu tun, sondern nur mit der Gestaltung, dass ich aus der gesetzlichen Versicherung rauskomme. Das hat der Gesetzgeber natürlich ganz bewusst auch so gemacht, weil ich habe natürlich in jungen Jahren geringere Beiträge in der privaten Krankenversicherung. Und später gehen die immer weiter hoch. Dann sind dann die gesetzlichen Beiträge vielleicht oder wahrscheinlich günstiger. Von der Seite her wollte das der Gesetzgeber vermeiden, dass man so rutt trickst. Deswegen ist das, ja, das ist dann genau diese 55 Jahre Schwelle, haben die da eingebaut. Also das ist das, was ich weiß. Ja, ist auch mein Stand. Also aufpassen. 55. Geburtstag kann steuerlich ein guter sein. Wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Kann krankenversicherungstechnisch aber ein schlechter sein. Das haben wir jetzt eben genauer gehört. Frau Tocher, ich habe hier so eine Frage an Sie. Das Thema Immobilien hatten wir ja nun schon hoch und runter links und rechts. Ist es jetzt ein Unterschied, wenn ich zum Beispiel meine Praxis in der eigenen Immobilie habe? Dann denkt man ja Immobilie, Altersvorsorge, toll, prima, Praxis zu, Immobilie her, passiert nichts. Warum gestalten manche das so, dass der Ehemann oder die Ehefrau die Immobilie gehört und ich mich als Praxis in Arbeiter einmiete? Ja, spannendes Thema. Also über Immobilien könnte man, glaube ich, auch eine ganze Stunde sprechen. Wenn ich meine Praxis in der eigenen Immobilie habe, dann sind meine Praxisräume sogenanntes Betriebsvermögen und gehören mit zu meiner Praxis. Wenn ich dann die Praxis einfach zumache, dann ist es fiktiv, dass aus dem Betriebsvermögen Privatvermögen wird. Der gleiche Fall oder es tritt auch ein, wenn ich die Praxis mit Immobilie veräußere. Ich habe dann, wenn die Praxis in den eigenen Räumen ist, kein Privatvermögen mehr mit dem Vorteil im Privatvermögen. Ich kann ja die Immobilie nach zehn Jahren steuerfrei veräußern und den Gewinn ohne privates Veräußerungsgeschäft sozusagen mir einkassieren. Habe ich aber die Praxis in meinen eigenen Räumen, bin ich im Betriebsvermögen und egal, ob ich die Immobilie veräußere oder den Laden dicht mache, sage ich jetzt mal, und die Immobilie in mein Privatvermögen geht und ich dann an den Käufer der Praxis oder auf einmal Wohnräume, was auch immer damit mache, dann wird der Wert, den die Immobilie dann hat, wie ein fiktiver Verkaufspreis angenommen und ich muss es versteuern und es unterliegt mit der Steuerpflicht. Ich habe also egal, ob ich die Immobilie jetzt schon 20, 30 Jahre besessen habe oder ob ich sie nur drei Jahre besessen habe, die Steuer tritt dann voll ein, weil ich da im betrieblichen Bereich und nicht im privaten Bereich bin. Das ist der Unterschied und das wollen natürlich viele umgehen und machen dann das angesprochene Modell. Ich habe die Praxis und meinem Ehemann gehört die Immobilie und er vermietet sie mir, weil dann hat er sie im Privatvermögen und kann sie steuerfrei verkaufen nach über zehn Jahren. Gut, wenn die Ehe hält. Wenn die Ehe nicht hält, kann das natürlich schwierig werden. Dann habe ich andere Probleme. Und das oft genug erleben, dass die schönste Steuerkonstruktion nichts nützt, wenn der Alltag über ihn wegfegt. Jawohl. So eine Gestaltung kann man machen, klar, aber kann auch mal... Wirkt natürlich auch Risiken, ja. Wobei ja auch, es muss ja nicht der Ehepartner sein, kann ja auch die Eltern, die Kinder oder sonst wer sein. Das ist natürlich eine Frage des Alters. Würde ich jetzt hier nicht weiter ausführen, aber diese Facette hat mir noch so ein bisschen gefehlt. Und unser Chat ist aufmerksam. Wir haben auch eins vorhin so ein bisschen vergessen. Wenn man dann schon aus der privaten Krankenversicherung in die gesetzliche wechselt, darf man danach natürlich nie mehr über der Beitragsbemessungsgrenze verdienen. Sonst ist man ja wieder drin. Ja, vielen Dank für den Hinweis auf den Chat. Ich habe aber auch noch, wir sind ja schon fast am Ende, sind nur noch vier Minuten nach meiner Uhr hier. Ich habe auch die Frage gefunden von der einen Teilnehmerin und zwar, hallo, ich bin 56 Jahre alt und merke, dass ich erst jetzt etwas nennenswert zurücklegen kann. Ich wohne in einer halb abbezahlten Immobilie und meine Kinder sind gerade durch ihr Studium durchgegangen. Also eigentlich die Themen, die wir alle schon abgefrühstückt haben hier. Und jetzt erst bleibt etwas übrig für mich zum Sparen. Also nicht mehr viel Zeit und auch nicht so viel Geld. Was empfehlen Sie da? Ja, also die Frage, ich glaube, dass wir die in unserer Veranstaltung schon mehr oder weniger beantwortet haben. Also was ich jetzt nochmal konkret empfehle, ist tatsächlich so viel sparen wie möglich und zwar tatsächlich in Fonds, weil alles andere bringt im Moment ansonsten, also wüsste ich jetzt nicht, wo man es soll. Also das einfach ansparen, Sparvertrag machen und das, was mir monatlich übrig bleibt, dann in diesen Sparvertrag reintun, in einen ETF-Fonds. Und von der Seite her sollte zumindest dann das Vermögen etwas gesammelt sein. Letztendlich ist das immer ein Anlagehorizont, hatte ich aber auch schon eingangs gesagt, vor mindestens fünf Jahren. Das hätte ja die Fragestellerin auf jeden Fall bis zur Rente noch übrig. Also das heißt, auf jeden Fall Geld zurücklegen, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und natürlich auch vorher erstmal die Frage, was brauche ich überhaupt, also erstmal auch eine Planung machen. Das wäre, das ist das Wichtigste. Also Planung machen, vielleicht nochmal so abschließend jetzt, bevor wir uns verabschieden. Erstmal die Frage, was brauche ich? Planung machen, was brauche ich im Alter? Wie ist mein jetziger Stand? Wie kann ich mich entschulden? Und dann, wie hoch kann ich im Moment in meiner jetzigen finanziellen Situation Geld zurücklegen? Und dann natürlich genau, was sollte ich in die Mehrsäulen, also verschiedene Säulen aufbauen? Weil dann bin ich auf der sicheren Seite. Immobilien können Risiko sein, Aktien können Risiken sein, Fonds-Sparverträge. Das heißt, ich habe immer Risiken drin. Wenn aber eins nur abstürzt, bin ich immer noch, habe ich das andere noch. Und deswegen ist diese Mehrsäulen-Theorie so wichtig. Frau Tocher, noch Ihr Wort zum Mittwoch. Ja, mein Wort zum Mittwoch auch abschließend, wie Frau Stahmer das auch sagte. Ich sehe es genauso. Also definitiv die Mehrsäulen-Theorie anwenden. Man kann ja auch verschiedene kleinere Sachen einfach stückeln, Immobilie entweder eine kaufen oder die eigene natürlich rechtzeitig abbezahlen, sich auf jeden Fall einen Überblick verschaffen. Was nach jetzigem Stand, habe ich denn im Alter überhaupt an Geld zur Verfügung? Und auf der anderen Seite, wie viel brauche ich? Muss ich da noch was abbezahlen an der Immobilie? Muss ich noch Miete zahlen oder nicht? Und die Differenz ermitteln und dann nach der Mehrsäulen-Theorie das Geld irgendwie, was ich dann übrig habe, so auf zwei, drei Säulen verteilen, damit dann da nichts schief geht. Ich auf der sicheren Seite bin und mir regelmäßig ehrlich möglichst einen Überblick verschaffen, um da zu schauen. Vielleicht kann ich ja auch im nächsten Jahr schon mehr zurücklegen und dann auf die ein oder andere Säule noch ein bisschen mehr draufpacken mit der Zeit. Und es ist nie zu spät. Also man kann nur noch kurz vorher anfangen, ist besser als gar nicht, wenn man noch nichts getan hat. Genau. Und ich setze jetzt noch eins drauf. Nicht die Inflation vergessen, wenn man nämlich glaubt, man kommt im Moment mit 2.000 Euro im Monat zurecht. Ja. Dann kann das in fünf Jahren schon ganz anders aussehen. Und was das bedeuten kann, wissen wir ja jetzt gerade im Moment akut alle. Aber auch in guten Zeiten vergisst man das ganz oft, dass 1.000 Euro von heute nicht mehr 1.000 Euro in zehn Jahren sind. Und das muss man halt auch bedenken. Und den Wettlauf gegen die Inflation zu gewinnen, ist schon eine Kunst. Ja, aber Bange machen gilt nicht. Wie Sie sehen, es geht irgendwie allen so. Und das, was wir ja heute gehört haben, war aus dem Alltag, für den Alltag, für jeden von uns zu verwerten, denke ich mal. Vielen lieben Dank an Sie beide. Bitte noch die letzte Seite mit dem Fortsetzungstermin, damit wir den jetzt auch noch mal sehen können. 14.06. wieder 19 bis 20 Uhr. Fragen gerne vorab auch her zu uns oder halt so schön brav wie heute im Chat. Vielen Dank dafür. Tschüss. Tschüss. Danke schön. Tschüss. Danke alle. Tschüss.